Ich bin Orestes Kemo Zoclu, bin 21 Jahre alt und jetzt Spieler von Herakres. Ich spiele im Mittelfeld. Dessensiver Sechser würde ich sagen, mit ein bisschen offensiven Drang dazu. Ich bin recht groß, relativ kopfballstark. Ich kann eigentlich immer viel laufen und ja, immer kämpfen. Wir sind viel gelaufen im ersten Training. Es ist auch ziemlich warm gewesen, aber ich habe viel in der Vorbereitung gemacht. Ich fühle mich relativ fit. Alle Trainer, Athletiktrainer etc., Physio. Ich verstehe mich bis jetzt mit allen ganz gut, sind alle echt nett zu mir. Allgemein der ganze Verein, die Spiele haben mich gut aufgenommen, glaube ich zumindest, hoffe ich zumindest. Ja, ich fühle mich bis jetzt wohl. Sowohl mich hierher gewechselt bin, die Gespräche mit dem Trainer und dem Vorstand waren sehr gut, haben mir sehr gefallen und für mich war einfach klar, dass ich erstmal den nächsten Schritt machen muss. Ich war jetzt 14 Jahre bei Unterhaching, bin mit 16 in die erste Mannschaft gekommen, habe da jetzt in vier Jahren 110 Spiele gemacht und fand mich jetzt bereit dazu, den nächsten Schritt in eine größere Liga zu machen. Klar, erste holländische Liga ist eine große Liga, die ganze Welt schaut auch drauf und für mich war das der bestmögliche Schritt, den ich machen könnte. Wir sehen uns Color-只ine Liga! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.